Leute, ich freue mich so. Es ist fast wie ein Wunder. Wir können wieder reisen. Haha, ist das nicht toll? Und wir dürfen sogar oben ohne reisen. Ja, natürlich bis auf eine Ausnahme. Der Wiener Bürgermeister wollte beweisen, dass Wien anders ist. Was ja der Slogan ist von Wien schon lange. Und deswegen hat er sich was einfallen lassen. Und wenn man jetzt nach Wien reinfährt von außerhalb, hört man folgende Ansage. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Wien-Liesing. Bitte bedenken Sie, dass ab der Wiener Stadtgrenze das Virus tödlich ist und bedenken Sie, um sich und andere vor dem selbstständig Denken zu schützen und um Nase mit Ihrem mitgebrachten Gehorsamsfenzen. Von Wiener Neustadt bis zu Wiener Stadtgrenze war das scheißegal. Jetzt aber heißt es mitmachen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ja, so läuft das hier in Wien. Und dann wollte ich doch mal schauen, wie es in Berlin läuft. Da habe ich nämlich sowas munkeln gehört und jetzt habe ich einen heißen Draht nach Berlin und schalte mal zu Sabine. Und dann hören wir uns mal an, was sie so zu sagen hat zu diesem Thema, zum Thema Bahnfahren. Ja, Sabine, bist du da? Hallo? Bist du denn? Ah, da kommt sie. Hallo? Wir wollten so gern das schöne Heimatland beeisen, doch jetzt ist hier alles voll, das finden wir gar nicht toll. Oh, Menschen, Massen, Köln, über Bahnsteig und Treppen und man hört nur Dremel, doch nicht gar so ihr Decken. Hitze, Kunst und Klausel, blieben nicht zu Hause, so hatten wir es doch eine richtige Sause. Alle müssen sich im Regionalexpress drängen, Großraut und Abteil sind voll, man steht in den Gängen. Überall die Masse, ich kann es nicht hassen, ich will nach Haus, doch ich komm nicht mehr raus. Entschuldigen Sie, ich hab hier ein 9-Euro-Ticket, doch kann man nicht reservieren, ich werd die Nerven verlieren. Wie kann das sein? Nicht mal am Klo ist mir ein Plätzchen frei. Okay, gibst du gar keine Chance, ich fühl mich hier fast wie in Trance. Aua, sie stehen auf meinem Fuß. Entschuldigung. Nehmen Sie mal die Finger von meinen Schrauben. Hüppel, bitte. Wir wollten einfach nur den Taten voll im Zwingen genießen, deshalb wir uns auf, diese Opfer kann ließen. Doch in Kittel, Kegel streichen wir die Segel, neben anderen möge ich wieder so ein Pflege. Ich steh' hier schon länger, also mach mal die Fliege und nimm deine Freundin mit die Sau, nur mit Ziege. Wie eine Hirschschaffe, dumme Liebe, brabe, steh' hier am Anfang der Dunstchen. Da entschuldigen Sie, wir würden uns genau absentieren, denn es wird langsam sehr heiß. Wir drehen uns nur noch im Kreis. Wir hatten gedacht, dass uns ein Ausflug richtig geltlich macht. Doch außer großen Ärger hat uns das gar nicht gebracht. Ja, außer großen Ärger hat uns das gar nicht gebracht. Nein, 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 nein. Ja, außer großen Ärger hat uns das gar nicht gebracht. Nein, 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 nein. Liebe Fahrgäste, in Kürze erreichen wir den Bahnhof Berlin-Spandau. Leider müssen die Türen geschlossen bleiben und sie können nicht aussteigen, da die Bahnsteige völlig überfüllt sind. Nach einem kurzen Aufenthalt fahren wir daher weiter nach Berlin-Hauptbahnhof, wo sie ihre Anschlüsse leider auch nicht erreichen werden, weil wir eine Verspätung von 243 Minuten haben. Wir bitten um ihr Verständnis und danken für ihre Reise mit der Deutschen Bahn. Thank you for traveling Deutsche Bahn.